Hast du mein Sandwich gegessen? Ich bin dein Sandwich. Let's rock. Er hat ne Nase! Wie geht denn das schon los, Alter? Er hat ne Nase im Ballot. Oh, jetzt wirst du schon erschossen, wenn du ne Nase hast. Krillin hat's gut. Du musst mir helfen, Mann. Meine Krawatte ist böse und sie wird mich töten. Krawatten sind also das Böse. Der wird dich auch weggehen. Bitte tu mir nicht. Hallo, Parkour. Hallo. Der Parkour grüßt du weg. Hey du, riech mal an meiner Blume. Oh Gott, der Kopf hat gebrochen. Hä? Hm. Hey Mann, was... Alter, was geht mit dir? Einfach... Zu hier. Eins ins Maul hauen, macht Level Up. Ich geh nachher nochmal raus. Hilfe, ich werde ausgeraubt. Ich rette dich. Baumann schreitet zur Tat. Bringt's jetzt voll. Stirb, Kartoffel. Einfach plattgelatscht, Alter. Hm, was ist das? Oh, der lebt. Warum tust du das? Ich habe Frauenkinder. Oh, der schmerzt. Er ist unerträglich. Aha, da kommt das also her. Sag meinen Kindern, dass ich sie liebe. Papa. Oh. Das ist so krank, Mann. Was ist das? Du. Na, komm schon. Ich habe dir Kuchen gemacht. Oh, Junge, was für Geschmack denn? Kuchen-Geschmack. Aus dem Kuchen kommt ein Kuchen, weil der Kuchen Kuchen Geschmack hat. Sehr interessant. Also Geschmacksrichtung Kuchen hatte ich noch nicht. Hä, das war ja völlig ohne Sinn und Verstand. Was ist denn das, Alter? Oh, gerade das macht es so geil. Singen. Ich mag tanzen. Ich mag Züge. Ja, das war doch klar, dass da ein Zug kommen muss. Hey, da steht naiv an der Decke. Oh, tatsächlich. Oh, du hast meine Lunge geklaut. Als ob man das nicht mitkriegt. Oh, Kartoffel. Heute nicht. Oh, oh. Das ist eine hartgesogene Kartoffel, du. Sie sagten, ich könnte niemand einem Lama das Fahren beibringen. Nein, Lama, nein. Sagt er euch, glaube ich, ich bin homosexuell. Wie kommen Sie darauf? Da kommt das also her. Jetzt kommt so einiges ans Licht hier. Regenbogen. Regenbogen. Was bist du, ein Mann oder eine Maus? Ich würde sagen, ein Maulwurf. Ich mag Züge. Oh, oh. Ich dachte, die Kinder wären mit umgefahren. Wie bin ich hierher gekommen? Ende. Ich kann nicht lesen. Da bringt ja ein Buch voll. Gut, ins Bilderbuch. Nein, warte. Ich bin allergisch gegen Niedlichkeit. Ich bin allergisch gegen Niedlichkeit. Oh. Oh, da greifst du. Den hat es gleich umgetötet, Alter. Denn mit dir, mein Sohn. Ich mag Züge. Nein. Ja, das tust du. Oh. Wo war der Zug? Hey, weißt du, wer schwul ist? Der Zug kommt bei Anton. Voll dumm. Ich kann es kaum abwarten, diesen Bagel zu essen. Doch, das kannst du. Ja, ich denke, du hast recht. Cake Bomb. Hey Mann, zieh dir meinen neuen Hund rein. Oh ja, ziemlich cool. Oh, da ist ja gar kein Hund. Oh. Was? Ey, Alter. Also, wenn du hier mit Verstand rangehst, dann kannst du das gar nicht kapieren, ja. Joey, hast du mein Sandwich gegessen? Ich bin dein Sandwich. Er kraucht dir einfach ins Maul. Hier, halt mal. Der hält so rein. Danke. Hä? Das ist vollkommen verblödet, Alter. Wie kommt man auf so eine Idee, Mann? Das ist so krass. Was ist dein Problem? Hör auf damit. Was soll das? Ich will das nicht. Er verbrüchelt einfach die Scheiße. Scheiß auf Schwerkraft. Ich stelle mich nachher raus und sage, scheiß auf Schwerkraft, man ungehoch wegschwebt. Mach's gut, Welt. Okay, Jim. Man sieht sich. Wo gehst du hin? Oh nein, das habe ich jetzt nicht erwartet. Da ist ja was auf deinem Gesicht. Als wenn ich nächstes Mal in den Smallhandel will, sage ich einfach, da ist eine Fliege in deiner Fresse. Es war Schmerz. Ah. Was passiert das nur? Ja, gut. Ja. Welchen Grund hast du? Ich kann nicht sagen. Ich schlage deinen Salat. Ah. Ist das so krass. Ich scheiß mich ein. Okay, Sohn. Berühre nicht diesen Kaktus. Nein. Du bist ja nicht ge... Was war denn das für eine Aktion? Storben. Oh. Schatz, wieso ist das Baby am Brennen? Kauf mir mehr Schmuck. Und darum brennt das Baby, weil die mehr Schmuck will? Oh Gott, Alter. Was ist das für eine Scheiße? Denk nicht mal dran. Und der brüchelt den jetzt so mach. Hey Leute. Wie lange ist das noch zu gehen? Kamera rein. Wow, das ist gar keine Kamera. Stirb. Was ist das? Oh mein Gott. Kartoffel. Nein. Ich mag Züge. Oh nein, nein, nein. Warte. Aber der wird umgefahren. Da ist die Kartoffel ja auch tot, Mann. Ich werde ein Internet machen. Ich werde ein Buch machen. Die Wissenschaftsshow. Klaviere. Oh Gott. Einfach von dem Klavier erschlafen. Wessen Idee war das? Frag ich mich auch. Das ist ein Überfall. Jetzt rufen sie schon an und sagen, das ist ein Überfall. Na gut, Corona-Maßnahmen, ne? Also mit Abstand und vorher Termin vereinbaren, musst du anrufen und sagen, das ist ein Überfall. Zu welchem Termin kann ich kommen? Was? Muss ich das jetzt verstehen? Oh. Hey du, Skaten ist ja tabu. Schlauze, Mann, dich hat keiner gefragt. Ich möchte ein Kuchen sein. Willi, nein. Netter Hut. Dankeschön. Das war sarkastisch gemeint. Tja, ich hab dein Gesicht geklaut. Hä? Schmepp, was ist hier los, Mann? Ja, jetzt magst du meine neuen Schuhe. Du bist dein Stuhl, Liebstes. Ich kann träumen, Harold. Es hat funktioniert. Meine Zeitmaschine fun- Oh, ich bin ein Stegosaurus. Schnell, schließ mir ins Gesicht. Hä? Was soll denn die Scheiße? Könnte... Oh nein, ich scheiße. Du wirst ausgeraubt, Kleiner. Nö, du wirst ausgeraubt. Ja, wie zu Hölle funktioniert das überhaupt? Hey, Sohn, fang. Ey. Okay, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab... Entweder wurde der Ball auf dem Weg dahin riesig oder das Kind war einfach sehr, sehr klein. Eine Frage der Perspektive. Bananenkampf! Nein! Alienabend! Werf den Käse! Äh. Warum warten? Boah das ist Gott, du hatt jünger, jünger jetzt. Hey, Bobby, spiel mir den Treppenfall-Blues. Aber klar, Johnny. Hey, ich liebe es. Das war der beste Blues überhaupt. Es ist so schön hier draußen. Ja, nur du, ich und der Mond. Hey! Geh ran, Alter! Sir, es scheint, als hätten sie einen sehr ernsten Fall von Babystimme. Hallo, Minenschildkröte. Oh, ne Kröteschild... Ach du Scheiße, die explodiert, wenn man drauf tritt. Hey, Mann, willst du Videospiele spielen? Niemals, Alter, du schlägst mich immer! Das ist niemandem! Oh, Felsvorsprung? Äh! Oh, Mann! Geht ihr die Muffins nie aus? No, ich auch bald den an der Muffinfabrik. Oh, Scheiße! Ich kann nicht, ob mein Pony fliegen kann! Und nun Enten. Enten? Das wollte ich auch gerade sagen. Was, wirklich? Ja, ernsthaft. Das ist gruselig. Die harmonieren total. Mami, Mami, guck, die Schildkröte! Hallo! Oh, oh! Oh, nein! Ihr halt das Maul. Das ist ja... Halt das Maul! Steckt so rein. Das ist ja wie bei Peppermuts, Alter. Ihr sterben oberte Kröteschilden einfach weg! Ich schlag dir ins Gesicht! Aber es ist Gegenteiltag. Oh, nein! Er schlägt sich selber ins Gesicht. Oh, nein! Ich werd nicht auf dich drauf treten! Oh, oh! Ich ahne... Ich dachte, die Kröteschild rupt. Jetzt geh ich in den! Nein! Nein! Da kommt einfach ein Auto von Himmel geflogen! Hallo! Findest du nicht der ganze Quack? Hallo! Hallo! Das wird langsam langweilig. Oh, nein! Ich auch nicht! Ich schlage dein Gesicht! Ins Gesicht! Hä? Oh, nein! Herzlich willkommen im Stehunterricht! Und durchgefallen! Hä? Hey, hast du ne Lizenz dafür? Du kriegst mich niemals lebend! Totgetrötet! Klopp, klopp! Wer ist da? Die Tür! Titt! Hey, wusstest du, dass Karotten gut für deine Augen sind? Ich glaube, so war das nicht gemein! Hallo! 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 Oh nein! Gut, das Ende war auch geil! Oh nein! Oh, ein kleiner Hund! Oh, pass auf Schatz! Er hat ein Messer! Äh, was? Ich hab keinen Schnee! Das sah so witzig aus, Alter! Hallo, Burger! Ich war meine Kuh! Oh! Gut, hat ja recht! Magisches Pferd! Es ist ein magisches Pferd! Es fliegt im Himmel! Bringen sie es zur Strecke! OH-OH-OH-OH-OH! Was meinst du da, kleines? Ich meine Bär! Oh, er frisst es auf! Ich male Bär auf Bär, Alter! Schnell, denk nicht an Katzen! W�-OH-OH-OH-OH-OH-OH-OH-OH-OH-OH-OH-OH-OH-OH-OH-OH-OH-OH-OH-OH-OH-OH-OH-OH-OH-OH-OH-OH-OH-OH-OH-OH-OH-OH-OH-OH! Was ist? Wie kommt man auf sowas?! Hier kommt das Flugzeug. Na da. Ich ahne Schlimmes. Nein, ich wusste es. Ist irgendjemand hier ein Arzt? Ich bin einer. Du verdammter Streber. Das ist erstmal mies, Alter. Was hast du zum Geburtstag bekommen? Ein neues Alter. Ist ja komisch. Wollen wir fangen, das Messer spielen? Klar. Mann, bin ich schlecht in dem Spiel. Sehr schlecht in dem Spiel. Absolut verkackt. Ma'am, ich fürchte ich habe ihren Sohn erwischt bei den Hausaufgaben. Das habe ich nur falsch gemacht. Junge, was ist mit dem los? Der macht Hausaufgaben statt zu zocken? Irgendwas läuft da falsch. Hey Joey, willst du mich essen? Nein, danke Mr. Muffin. Aber ich will sterben. Hey Stacy, willst du mich? Gut, wenn ich irgendwann mal Lust habe zu sterben, dann sag ich zu jemandem, willst du mich fressen? Alles klar. Mir auf den Ball gehen? Ähm, tschulde Junge, aber ich bin ein Geist. Aber du lebst doch nicht. Ciao Brian. Oh nein. Hey Kumpel, wollen wir das draußen klären? So. Wow, was für ein schöner Abend. War echt ne tolle Idee. Spreng nicht, das Leben lohnt sich. Everybody do the flop. Oh nein, da kommt jetzt runtergefallen. Haha, ich saß noch. Haha, das war jetzt mies, Alter. Ich bin so vollgefressen. Willst du noch ein Muffin? Nein. Warum will mich keiner töten? Und dann kommt irgendwann eine Szene, wo es nicht mehr sterben will. Und dann wird es auch gefressen. Hey Baby, bist du ein Engel? Denn ich bin allergisch gegen Federn. Hrrrrrrrrrrr! Oh, was? Du bist fett! Hohohohohoh. Och, die Sonne freut sich wieder. Ich bin ein echt großer Zwerg. Na Alter, schau nicht so traurig im Mund. Das sind die besten Zwerge, die ganz großen. Denk er nach oben. Okay. Hohohohohohohoh. Das wird dem Mund her. Ende. Die besten Geschichten, Hermann. Es ist Farbe im Spiel? Oh mein Gott, mach das mal gegen ihn! Du machst einfach nur Licht an und zack, Farbe! Finger weg von meinem Baby! Aber Mutter, ich liebe ihn! What the fuck? Doktor, ich fürchte mich vor der Vergangenheit. Und wann hat das angefangen? Nun... Ja, natürlich, weil ich mich zurückerinnern muss! Die Uhr! Es ist Waffenzeit! Äh, eigentlich ist es halb zwölf. Bitte töte mich! Es bittet doch schon, darum mach's doch! Entschuldigung, Sie müssen dafür bezahlen! Ne? Diese Fähigkeit möchte ich auch, man! Da brauche ich ein Restaurant nie wieder zahlen! Ich gebe einfach das Essen zurück! Ach, Timme, nicht weinen! Ernsthaft, Timme, hör auf damit! Nein! Das war unser letztes Date! Das war unser letztes Date! Und jetzt? Wieso macht die da? Eine Kuh, die vorgibt, ein Mensch zu sein! Alan? Bist du eine Kuh? Was? Nein! Ja, ich auch nicht! Wollte mit Skateboardsen! Mein Freund sagt, ich bin das schönste Mädchen auf dem Feld! Das sagt einer auch über mich! Es kann nur eine geben! Oh nein! Fliegende Riesenschlafe! Was? Das sind Wolken! Du verlässt mich? Sorry, Eddie! Hab nur einen echten Mann! Ja, genau, Schatz! Nächter Kerl! Willst du Skateboardsen? Skateboardsen? Du bist adoptiert! Oh, Scheiße! Runter von meinem Grundstück! Ich gehören! Im Fahrstuhl? Was? Wer ist da? Ein Spiegel! Ich bin einsam! Möchtest du einen Zaubertrick sehen? Nein! Oh! Schattet das kleine Bibi! Ich hab noch nie erlebt, dass jemand dabei Nein sagt! Das ist mal was Neues! Die Weisen! Die Weisen! Sie sind alle tot! Was für ein Mann würde sowas tun? Au, die Kacke gegen Flip, Alter! Jimmy, es ist an der Zeit! Ja, Mutter! Mit Team Cassi zu gehen, Jimmy! Was ist denn da los? Was für ein schöner Tag hier lang zu spazieren! Und wenn ich aufhör zu singen, werd ich explodieren! Hey Steven! Was hast du getan? Oh, Scheiße! Oh nein! Das ist auch ein schweres Leben, wenn die ganze Zeit singen muss! Wie schläft er? Oh, wie heißt er denn? Er heißt David! Oh! Ich bin David! Kann Susi zum Spielen rauskommen? Klar! Yay! Was zur Hölle? Alter! Wenn das so einfach wäre! Gut, dann müsst ihr den Bauch zunähen! Aber alter! Papa, ich bin hungrig! Hi hungrig! Ich bin Papa! Warum hast du mir diesen Namen gegeben? Du wirst sterben! Wir werden alle sterben! Was? Oh oh! Das war jetzt auch voll dumm! Voll geschockt, dass sein Kumpelfreund oder was weiß ich tot ist! Ein Schmetterling! Schotzi, nein! Sie ist jetzt mein, John! Bald kommt das Schmetterling! Ich probier's! Bist du hungrig? Nein! Ich bin wahnsinnig! Was? Wups! Ja! Oh mich! Er rollte Treppen hoch! Entschuldigung! Wollen Sie das essen? Nein! Das muss ich ganz haben! Danke! Was? Oh mein Gott! Ich bin auf die Scheiß mehr! Ich mag Züge! Wie kommt denn der jetzt dahin bei Stabhochsprung? Ich guck, der hat irgendwas zwischen Stabhochsprung und Stab... Ne Lanzenstoßen. Falsch verstanden! Schatz, ich bin schwanger! Ich kann das erklären! Ich denke, wir sollten nur Freunde sein! Oh! Mutter! Oh, jetzt wird's auch ernst, John! Ich frag mich, was der macht! Na, ich bin jetzt schwul! Ha! Hey! Hey! Was ist jetzt mein Vater? Es gibt nen Knopf, um schwul zu werden? Das ist mir neu! Klar! Comedy! Nein! Spring nicht! Okay! Jetzt kannst du... Ja, das ist... Das ist aber heutzutage wirklich nicht so, Alter! Du willst mich also zerstückeln? Ja! Ich erledige das für dich! Danke! Hey Kinder, werdet los zu feiern! Ich... 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 Ich meinte, feuern! Okay, schieß auf den Apfel! Oh nein! Oh! Yeah! Da fällt der Baum um! Was macht das für ein Feil, man? Hey, wie viel Uhr ist das? Zeit für meine Medizin! Jetzt geht's hier 3D-Animation weit? Oh, schon viel besser! Ah! Oh... Vielleicht sollte ich das auch mal probieren, was hat der genommen? fang mich Susi, fang mich! Nein, das Auto fährt allein! Raffinierter Ball, Alter! Hey, ich bin nicht so wie die anderen Mädels. Ich habe Schlangenarme. Es tut mir leid, Jim, ich muss mich leider von dir trennen. Nein, bitte! Neeein! Ist das du? Ja! Hallo! Hi! Hey, da ist dieser komische Typ mit den Zügen. Ich mag Züge. Warum musste er es auch unbedingt erwähnen, Mann? Ich wünschte, ich könnte fliegen. Dein Wunsch sei mir Befehl. Yeah! Biep, biep, arme Schieb, sei, biep, biep, arme Schieb. Weißt du, was ich hasse? Kindermörder! Oh nein, da kommt gerade einer! Euch krieg ich nach! In wahrsten Sinne des Wortes! In wahrsten Sinne des Wortes! Kindermörder! Oh nein! Na gut, kommt auch straffrei davon! Ist noch minderjährig! Arschbombe! Äh! 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 Arschbombe! Baby! Das ist der schönste Tag meines Lebens! Wenn du glücklich bist, dann klatsche in die Hand! Ich glaube, der hat das gerade irgendwie falsch verstanden! Mit in die Hand klatschen! Haben Sie meine Zitronen gesehen? Ich möchte meine Zitronen! Ich will nicht mehr fett sein! Das ist ein kranker! Das ist ein kranker! Cortman, let's grüßen mit seinen Schokopistolen! Miao, miau, I'm a cow, I said miau, miau! Nein! Nein, ich glaube es ist draußen. Alter, ganz raffiniertes Baby hier, Alter, Stui lässt grüßen. Nein, bleib, lass mich, sah der etwa aus wie ein Kastenbrief oder was? Ich bin deprimiert. Ja. Und plötzlich Ananas. Das hilft kein bisschen. Nee. Hey Kumpel, schau mal hierher. Das ist so dumm. Haha, jetzt bist du blind. Sehr geil. Raffinierte Sonne, Alter. Das geht, Leute. Larry, das ist eine Intervention, du musst aufhören das Genick anderer zu brechen. Wovon redest du da? Larry? Was? Larry? Ja gut, jeder hat seine Hobbys, ne? Hey. Hey, cooler Hut. Hahaha. Nein, Sissi, geh nicht über die Straße. Ciao, Mom, ich hab's geschafft. Hahaha. Ich bin ein Stegosaurus. Hahaha. Wie kommt denn der da hin, Mann? Ah, der hat wahrscheinlich von vorhin die Zeitmaschine genutzt, um da hinzukommen. Genau. Ah, alles Gute zum Geburtstag. Ahhhh. Es ist ein Junge. Oh nein. Hey Billy, fang die Frisbee. Ja, dann los. Hä? B-Billy? Ähm, muss ich das jetzt irgendwie verstehen oder hab ich jetzt was nicht verstanden? Sir, ich fürchte, sie haben Gehirnkrebs. Oh. Und plötzlich Ananas. Nun, die gute Nachricht ist, dass sie kein Gehirnkrebs mehr haben. Durch ne Ananas? Ah, du scheiße, sie hat den Kopf weg, Alter. Na gut, dann ist der Krebs natürlich weg und besiegt. Hör auf mir, Supertyp. Nein. Supertyp. Supertyp. Man kann nun mal nicht jeden retten, Mann. Apfel. Apfel. Hey Apfel. Hey Apfel. Hey Apfel. Nun, wir haben versagt. Oh, nicht hin, Schatz. Hallo, Minenschildkröte. Hallo. Minenschildkröte? Oh nein. Oh, da ist die Kröteschild wieder tot. He's a magical pony toy. Hey, das haben sie doch vorhin abgeknallt. So entstand wahrscheinlich die Pferdemaske. Weiß, wer schwul ist? Wir. Stopp. Hey, wer schwul ist? Oh Gott, war das geil, Mann. Das ist so, so geil. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott.